Aloha, hier ist Frank der Entspannende und da vorne, da ist der Schafberg bzw. der Löhberg. Dort bin ich heute Morgen losgelaufen und inzwischen bin ich nicht mehr auf dem Löhberg, sondern auf dem Rotstein und das ist ein bisschen weiter weg. Hier auf dem Rotstein stehe ich auf einem Aussichtsturm und ich hoffe, es ist nicht zu windig. Und ich bin ja hier unterwegs im Auftrag von der Marketingorganisation Oberlausitz-Niederschlesien und ich wandere die Via Sacra hier in Oberlausitz. Da unten ist übrigens der Berggasthof Rotstein, da will ich gleich einfallen und wie ihr vielleicht seht, bin ich ziemlich weit oben hier und auch auf dem Rotstein war ich ziemlich oben. Aber der Weg dazwischen, der war dann schon ein bisschen sehr sonnig, aber ein Großteil war ja am Rotstein bzw. auch am Löhberg im Schatten. Aloha und alles Gute hier aus der Oberlausitz.